mit rama zahmer durch die gamowelt hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder euer tom thomson hier bei let's play today ich probiere es heute noch mal mit der facecam ich hoffe diesmal läuft das alles ordentlich weil das hat ja ich hab das schon mal probiert und es ging einfach nicht ich habe irgendwie glaube ich acht oder zwölf stunden gewartet dass es fertig ist mit rausladen aus meinem aufnahmeprogramm wie man sieht also ich weiß nicht ob es man sieht die leute die elgato haben die sehen das an diesen kästchen hier hier das hier das ist so ein gimmick von der elgato ich könnte auch noch viel mehr einfügen zum beispiel so elgato dass man das halt unten eingeblendet also hier unten eingeblendet sieht und ja ich hoffe es dauert diesmal nicht so lange wie es beim letzten mal gedauert hat vielleicht werde ich die folge ein bisschen abkürzen mal sehen und wir fangen auch direkt an life is strange hat ja eine weile gedauert dass ich weiter gemacht habe weil ja ich war ein bisschen unpässlich sag ich mal so und wir machen direkt weiter jetzt da wo mal stehen geblieben sind ich hoffe das funktioniert alles diesmal wenn ich muss ich in den sauren apfel beißen weil ich will nicht dass die folge verloren geht und muss ich wohl in den sauren apfel beißen und wirklich warten bis das programm alles rausgeladen hat eigentlich hat sie ja gerade gesagt es ist nicht es ist so falsch und nicht es ist unnormal aber naja egal ähm das sind halt die übersetzungen was ist max max hey warren ich sah kate zuvor in ihren oberen kreis ich glaube sie kann uns hören kate hat viel auf ihrer pläte ich wusste nicht was sie zu sagen sie hat mir nichts gesagt okay ich weiß dass du mich liebst aber wenn du nicht in dieser klasse bist du es alle anderen bitte sitze da und ich habe viel zu besuchen heute und so wenig Zeit als usual ich sehe all the usual suspects hier anybody seen kate marsh i think everybody has seen kate marsh by now she's not feeling good sounds like you're giggling about a video gone viral maybe it involves a student or a friend i wonder how you'll to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge usually people need something to judge so they never take a good look at themselves we can thank reality tv for some of that in the end we can only blame ourselves for participating it's cool mr jefferson publishes own little book of photo tips naja tut mir leid wegen dem handy gerade ich habe es gerade leiser gestellt ich vergesse das ab und zu mal den moment einfangen von mark jefferson also unseren lehrer speaking of participation there are a few souls here who have yet to winter photo in the contest like max caulfield for example who i know can't wait to enter right i'm sure you read the syllabus like it was a harry potter books so you must know today we're studying kiroskiru that beautiful word about that das sieht so doof aus aber cool ja ja dass wir uns heute mit chiaroscuro chiaroscuro befassen der wundervollen welt des kontrastes was ist dein problem ja was so problem kontrast between light and dark the shadow play that gives photography such visual power it's basic yin and yang black and white images are effective precisely because of their kontrastes although we don't technically see in my some crazy shit is going down on the girls dorm do not come into my class like that ever again listen everybody remain seated da geht irgendwas ab bei den mädchenunterkünften so wie ich das verstanden habe die ist einfach gesprungen do not again not now i have to try something i won't be able to rewind again and again die bewegen uns gerade während die zeit stehen bleibt alter wie krass okay wir können nicht durch die vögel durch alter schwede das entwickelt sich gerade so in der neuen folge schon sehr sehr krass wir müssen irgendwie alter schwede Ja, guck nicht so doof, alter, beeil dich mal. Was are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself? Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. You are such a liar. You wanted to help by ignoring my phone call? I swear it was in silent mode and I didn't see it. Or I totally would have answered. I needed you to answer, Max. Everybody thinks I'm a viral slut now. There is no everybody. There's only your friends and your family who love you. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon. Then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. What about your mother, Kate? You'll destroy her. She doesn't care about a video. She loves you. You don't know my mother. At all. She already thinks Satan has me on the fast track to hell. Let's prove it. No. Kate, please stop. Listen. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this route. You can see that. I should be honest, I don't know what Matthäus' 21-15 or Matthäus' 11-28 is. But the hell is a curse. I'm pretty sure to be it. Ähm, das ist grad ziemlich krass, muss ich sagen, weil ich glaube, wir haben ja nicht viele Chancen, dass die nicht von dem Dach springt, und wenn sie springt, dann ist es hier vorbei an der Stelle, glaube ich. Suizid ist ein Schuss, nicht wahr? Wenn du in der Hölle glaubst, dann kannst du da enden. Ich will nicht, dass das passieren soll. Welche Unterschied macht es? Ich bin jetzt in der Hölle, also. Nein. Hey, da war's das jetzt? Können wir da jetzt nix machen? Ich weiß, dass das für alle von uns nicht lecker ist, aber wir müssen überlegen, was passiert, bevor Frau Marschel Ich weiß, dass sie das getan hat. Ich weiß, dass sie das getan hat. Aber wenn sie das getan hat, dann wird sie uns verraten, um die Ereignisse zu tun. Such eine Tragedie. Aber es muss sich ein Grund für alles sein. Wir müssen uns wissen, warum Kate Marsch würde sich um so stolz an zu schützen. Als Prinzip von Blackwell Academy, ich nehme meine Füße sehr, 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 sehr. Was heute heute sollte nie passieren in einem Hall of Wissen und Wissen und Wissen. Mr. Madsen, als unser Head of Security hier, diese Roof-Doors sollte immer wieder locken. Das ist nur Standard Operating Procedure. Sie waren nicht, und das ist, insofern, deine Verantwortung. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Does she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Hm. Wir können... Alter. Wir können den Lehrer anscheißen. Wir können den Typen anscheißen mit den K.O.-Tropfen, oder wir können den David anscheißen, der ja der Vater von unserer besten Freundin ist. Die Frage ist jetzt also den Lehrer auf jeden Fall nicht, weil der Lehrer ist total in Ordnung. dass wir keine Beweise haben für den Nathan, dass er K.O.-Tropfen gegeben hat, ist auch klar. Und dass der David sie gemobbt hat, dafür haben wir auch keine Beweise, weil wir da kein Foto gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber der David, der ist mir kurzzeitig mal sympathisch geworden, das weiß ich noch. Weil er was gesagt hat von auf die ganzen Leute aufpassen und so. Auch wenn er ein bisschen krankes Denken hat, weil er halt im Krieg war und so. Aber ich würde sagen, wir scheißen den Nathan an. Obwohl wir damit nicht weit kommen werden, weil er ein angesehener Schüler ist. Dadurch, dass die Eltern halt einen Haufen Kohle haben, ne. Aber scheißegal. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kiss some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? What? Ever. Kate was loaded and play in the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Ms. Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Okay, also, wir können wieder zurückspulen, aber ich weiß nicht, ob ihr die anderen Entscheidungen sehen wollt, aber ich will hier nicht zu oft zurückspulen, weil das wäre doch ein bisschen übertrieben, finde ich. Es wird sich sehr krass entwickeln, also das kann ich euch versprechen. Ich weiß es zwar nicht, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es sich krass entwickeln wird, weil mir gegen den Nathan gehen und der Nathan geht mir sowieso übelst auf den Sack. Also, ich weiß nicht mit seinen Scheiß da, also unterschreibe ich das. Ich weiß es nicht, dass wir weniger wissen, als wenn wir angefangen haben. Wir werden die Polizei mit weiteren Begrüßungen helfen. Ich weiß, dass es heute ein schwerer Tag ist. Ich wünsche, dass ich das Geheimnis hat, um alles zu ändern, um besser zu ändern. Also, danke dir, dass du kommst. So. Das war sehr krass. Ich weiß es nicht, dass es nicht wirklich ist. Sie sehen, wie sie sich schlafen wie ein Wettbewerb. Ich dachte wirklich, dass ich sie schlafen kann. Wie ein Superhero. Kommt mal, Max. Nicht für einen Moment schuldigen dich. Kate war auf dem Rücken, für ihre Reise, nicht für dich. Meine Hand hat es einfach rausgebracht. Stop es. Sie waren nur diejenigen mit den Ballen genug zu gehen. Sie waren nur diejenigen, die sich interessiert. Ja, ich habe sicher eine große Unterschiede gemacht. Vielleicht wenn mehr Menschen interessiert, besser Menschen als ich. Du bist die beste Person im Raum. Warren, ich verratete heute. Das macht keinen Sinn. Warren, ich meine nicht so zu sein, aber... Es gibt etwas Ominösses in Blackwell. Heute provee ich das. Und ich arbeite auf die Wahrheit, dass Kate Marsh mit Rachel Amber verbunden ist. Somehow. Und mit Nathan und Mr. Madsen. Ich bin nicht ein großer Conspiracy. Aber ich würde es nicht schuldigen. Nathan hat mich gestern. Und Madsen ist ein straight-up dickhead. Also... Was ist wirklich passiert? Was ist das? Was ist das? Das Wetter verzeichnet diesen gewissen Tag. Ich fühle mich so chill. Max, es gab keine Eclipse für heute. Ich würde es wissen. 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 Sehr bizarr, die ganze Serie. Es ist sehr bizarr. Was hier abgeht. Der Sturm scheint immer näher zu treten. Und deswegen habe ich ihn nicht angeschissen. Weil es scheint ihn ja doch mitzunehmen. Den David. Ihr habt jetzt gerade die Szene gesehen. Also ich schließe es daraus. Dass es ihn doch verstört oder mitnimmt. Dass sie sich umgebracht hat. Und... Das ist halt der Grund, warum ich ihn nicht angeschissen habe. Weil er scheint ja doch ein Guter zu sein. Auch wenn er halt... Verstörende Taktiken hat. Und... An... Angewohnheiten, die er vielleicht nicht loslassen kann. Hm. 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 Wer ist das? Ach, das ist äh... Der Typ mit dem Hund. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wie er hieß. Hieß der Peter oder so? Kann das sein? Hieß der Peter? Äh... Ich weiß es nicht mehr. Die Kate ist von uns gegangen. Leider. Gottes. Ich weiß nicht. Ob wir die Möglichkeit hatten. Ähm... Sie in der Situation zu retten. Aber ich glaube. Äh... Egal. Was wir gemacht hätten. Äh... Sie wäre auf jeden Fall gesprungen. Was äh... Ziemlich krass ist. Ähm... Sie kifft das mal ein. Ähm... Ja. Sie kompensiert es halt mit Gras. Jeder wie er es braucht. Ähm... Und den ganzen Zeugs. Und... Ich hätte bloß nicht gedacht, dass es jetzt schon so schnell passiert. Also, dass es schon in der zweiten Staffel passiert. Dass mir, äh... Jemand nicht helfen können. Das ist... Sehr... Sehr krass. Und dass sie sowieso ein Problem hatte. Die Kate. Das habe ich schon in der ersten Folge mitbekommen. So. Aber... Ja. Ist das jetzt das Ende der zweiten Staffel? Ja. Es ist das Ende der zweiten Staffel. Wir fangen jetzt demnächst mit der dritten Staffel an. Ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich werde die Folge nur noch 20 Minuten lang machen. Weil, ähm... Aus dem ganz einfachen Grund. Ich möchte die Folgen auch hochkriegen und will keine 12 Stunden warten. Bis mein Programm das hier rausgeladen hat. Ich weiß nicht woran das liegt. Ob das jetzt vielleicht eine Ausnahme war. Dass das Programm sich einfach aufgehangen hat beim Exportieren. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ja. Äh... Dann... Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Und vor allen Dingen, dass ich jetzt die Facecam hier drin habe. Äh... Ich denke mal, das ist ja vielen sowieso lieber, wenn man eine Facecam hat. Und... Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es mit der Staffel 3 weiter geht. Ich hoffe, äh... Ihr... Supportet mich. Das wäre mir sehr lieb. Ich sage das glaube ich sehr selten. Aber es... Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.